Hallo und willkommen zu Galactic Civilizations 3, jetzt im Sandbox-Modus. Das Spiel ist in der Version 1.01. Wir starten hier neu. Glück. Während ich die Kampagne und das Tutorial mehr mit den Menschen gespielt hatte, werde ich jetzt hier die quasi unterschiedlichste Rasse nehmen. Die unterscheiden sich nicht, wie nur alle anderen, auch in der Technologie und den Gebäuden, sondern sind auch noch synthetisch, was bedeutet, dass die keinen normalen Nachwuchs bekommen über Growth, sondern die den Nachwuchs aktiv produzieren müssen. Außerdem können die auf extremen Welten direkt kolonisieren. Dann haben die Boni auf allen drei Produktionsdingern, sind unfruchtbar, was aber egal ist, weil die sowieso synthetisch sind. Die können mehr auf die Schiffe packen und die können größere Truppen bauen. Wir könnten auch eine Custom Race machen, aber ich denke, dass die noch weniger gebalanced sind, wenn man sich da einfach nur das Beste rauspickt. Dann habe ich das hier auf Large gesetzt. Nochmal zur Erinnerung, mein PC erfüllt nicht die Minimalvoraussetzungen, die ja eine Geforce 500 angeben. Und ich habe nur eine Geforce 200, eine der 200er Reihe. Und dadurch, dass ich das hier auf Large gesetzt habe, habe ich hier jetzt auch nur drei Gegner reingesetzt. Die sind alle auf Godlike, weil ich das hier auf Suicidal gesetzt habe. Alles andere ist mehr oder weniger Standard, außer dass ich das ausgestellt habe, dadurch, dass man Tech Trading und Tech Brokering nicht separat einstellen kann. Tech Brokering ist normalerweise, dass man Technologien von einer anderen Fraktion einkauft und diese Technologien wieder in eine andere Fraktion verkaufen kann. Und das, finde ich, ist eine sehr schlechte Mechanik, die man auch bei Civilization 5 beispielsweise separat ausschalten kann. Denn das führt dazu, dass man im Endeffekt, um das meiste rauszuholen, jede Runde mit allen sprechen muss, um zu gucken, von wem kann ich denn was kaufen, an wem kann ich wieder was verkaufen. Das ist einfach nur super nervig. Deshalb habe ich das komplett deaktiviert. Und dann können wir hier auch loslegen. Und ja, ähnlich wie bei Civilization auch ist der Zufallsfaktor, mit dem man hier die Karte generiert, schon extrem. Da hat eine extreme Auswirkung. Zum einen, ob man jetzt an der Karte, an dem Ende von der Karte ist. Denn alles bei Civilization ist die Galaxie nicht rund. Denn, ähm, wenn ich jetzt hier ein Sensorschiff baue, also auch eine Mechanik, die ich sehr bescheuert finde, das ist ein Schiff, was nur Sensoren drauf hat, das ich jetzt auf jeden Fall wieder in der ersten Runde kaufen werde. Wenn ich dann am Rand der Karte bin, dann erkunde ich natürlich damit auf jeden Fall weniger, als wenn ich das nicht baue. Deshalb, ähm, äh, als wenn ich, äh, als wenn ich irgend so ein bisschen, so wie wir jetzt sind, ein bisschen in der Mitte der Karte bin. Äh, so, wir bauen dann außerdem, gucken wir uns erstmal hier diesen Planeten an. Da haben wir einen Produktionsbonus. Das ist cool. Was nicht so cool ist, ist, dass wir, wir haben auch nochmal einen Produktionsbonus. Holla, die Waldfee. Die Anordnung der Tiles ist leider nicht besonders gut. Aber dafür haben wir hier direkt zwei extrem gute Fabriken, die wir holen können. Da müsste man danach mal schauen, wo man diese Boni-Dinger hinsetzt. Den kaufen wir auf jeden Fall erstmal. Und dann wird der Planet erstmal alles auf Forschung gesetzen, denn am Anfang ist es extrem wichtig, dass man, äh, Research, Interstellar Travel bekommt, womit dann die Kolonieschiffe schneller unterwegs sind. Und dann wird der Planet erst mal alles auf Forschung gesetzen, so, wir sehen jetzt natürlich insgesamt nichts von wegen, ähm, Unlock its Mysteries. Mit diesen Research Relics und so weiter, da habe ich bisher so ziemlich gar keine Erfahrung gesammelt. Ähm, kann ich nicht beurteilen, wie wichtig sowas ist. Und anders als bei Civilization gibt es ja auch keine, äh, Wikipedia oder so im Spiel. Zifpedia. Ähm, der wird jetzt erstmal im Asteroidenfeld fliegen und dann da runter, oder der fliegt hier oben lang. Da müsste der aber auch durch das, mhm, der könnte über den Planeten fliegen. Oder der fliegt hier unten raus, machen wir das so. Ja, und der steht ja wieder vor der Frage, soll er nach links, soll er nach rechts? Ist alles doof. Wir fliegen mit dem mal nach oben. Oh, ja, okay. Social Manufacturing Trade Route Value. Dann werden wir den als erstes erkunden. Das ist zwar kein besonders guter Planet, aber der ist zumindest sehr nah dran und damit können wir das Ganze, den ganzen Rest sehr schnell kickstarten. Und damit sind wir mit der ersten Runde auch schon durch. Bäm. Uh. Plus 50% Research. Da hätten wir dann auch den Research-Planeten. Damit hätten wir die Erkundungen abgeschlossen. Das Sensorship ist halt pervers stark. Und der kann jetzt hier das Ding schon... Ne, der kann ja noch nicht hin. Der hat nur drei Bewegungen. Nächste Runde. Nächste Runde ist dann auch nicht Interstellar Travel fertig. Das dauert noch. Wir holen uns das Ding auch noch. Und dann können wir als nächstes noch das da da hinbauen. Mh, 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 mh. Wobei wir auch mehr Leute bräuchten. Vielleicht sollten wir das dann als nächstes in Angriff nehmen. Dass ich hier das erstmal wegnehme. Und dann machen wir Assembly dahin. um halt Population zu erhöhen. Denn die werden wir dann brauchen, wenn wir die Kolonieschiffe losschicken. Machen wir so. Wir haben auf jeden Fall durch diese Fabriken am Anfang schon mal einen ordentlichen Bonus. So, was soll denn das Sensorschiff machen? Hier sind fast keine Anomalien. Hier unten ein paar. Hier sind noch keine Piraten. Boah, fliegen wir da mal hin. Plus Research. Auch plus Research. Äh. Das ist Toxic. Dann müssten wir mit den dreien hier produzieren, denke ich. Aber wir haben hier schon einen sehr schönen Cluster von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Planeten. Wobei wir den ja nicht nehmen können erstmal. Und dann in minimaler Reichweite drumrum auch nochmal haufenweise Planeten. Hier wird wohl irgendwo einen Gegner drin hausen. Dann sollten wir uns die hier wahrscheinlich möglichst fix holen, damit die uns das nicht wegklauen. Also von links nach rechts besiedeln. Idle Ship. So, das Sensorschiff. Nach links ist die Karte dann auch vorbei. Ich würde sagen, dann gucken wir uns bei ein paar Feldern noch nach oben um. Oder wir gucken uns direkt nach unten links um. und lassen den hier nach oben fliegen. Naja, gefällt mir nicht. Der fliegt nach oben. Da haben wir das nächste gebaut. Okay. 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 Und damit haben wir dann den ersten Planeten besiedelt. Prot 1. Und da müssen wir quasi pragmatisch nehmen. Denn damit bekommen wir Oh, hier haben wir auch wieder meine Facturing. Das ist natürlich denkbar ungünstig platziert hier. Ja, der Planet ist an sich erstmal extrem schlecht. Alles auf Produktion. Aber das Wichtigste ist, dass wir hierdurch jetzt die drei Constructor bekommen. Die kann ich aber allerdings leider in dieser Runde noch nicht verbessern. weil ich die die Forschung noch nicht abgeschlossen habe. jetzt haben wir die Forschung abgeschlossen. Dann kann ich jetzt in Shipyard gehen. Oh Gott. Und man sieht aus meinem letzten Spiel dass ich erstmal wieder ordentlich die Rezepte löschen muss. denn ich habe sowieso schon wieder keine Ahnung wofür die gut waren. Außer das Sensor Shift das ist klar und der Double Constructor. Aber dadurch dass man die Pläne halt so individualisieren kann muss man das quasi auch um die maximale Effizienz rauszuholen. So. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin. Und der ist wie viele Teils entfernt? Mit dem können wir das nicht nachchecken. Eins Zwo Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Felder. Machen wir erstmal eine Forschung noch. Hier können wir einen extrem guten Moral Boost rausholen. Der bringt uns auch was noch bevor wir irgendwie Gebäude dazu bauen können oder so. Das wird jetzt komplett auf Produktion umge umgesetzt. Der Worte jetzt da einhalten. Egal, etwas irritiert wie der seine Produktion Achso, der hat ja diesen Bonus stimmt. Immerhin etwas. Population Wealth Dann kann der da später diese Matrix hinbauen. ist Zumindest für den Start auch okay. Assembly So, wir brauchen einen der zehn Felder weit fliegen kann, der überhaupt keinen Radius braucht. Designer brauchen wir ein Kolonieschiff New Design Kolonie Equip eins davon eins zwei drei vier der ist in kann zehn Felder fliegen Kolonieschiff Kolonieschiff Speed und den können wir dann auch Ach, Quatsch dann können wir auch den hier direkt darauf upgraden So, dann können wir uns den hier noch holen aber der war links ich wollte erst mal die äh der ist rechts erst mal die linken holen Influence Growth Aha Andererseits der hier ist auch extrem gut eins ach da können die auch glaube ich nicht durchfliegen weiß nicht genau wo die da raus kommen ähm ach ne die sind ja dort drin na wird er mit den zehn auch nicht da ankommen können dann wird er zwei Runden brauchen aber dann machen wir auf jeden Fall noch einen dann holen wir uns den auch noch und den hier könnten wir auch noch holen der ist auch zumindest sehr gut und dann für den Staat hilfreich das ist ein siebener Planet der wäre auch für den Staat gut aber da muss ich dann gucken dass ich nach links mich ausbereite ich muss nachher mal gucken wie weit die mit ihren wie weit diese Reichweite hält die sie da hat upgrade dann machen wir auch diesen speeder ok brauchen sieben runden für die assembly und das wird natürlich danach noch mehr werden macht vielleicht Sinn zuerst doch noch das zu bauen die müsste ein bisschen nach oben verschoben werden beispielsweise dahin in die Dusclote rein da oben hätten wir dann quasi schon fast fertig erkundet der kann einfach mal hier rüberfliegen shipyard idle achso die haben natürlich noch die falsche einstellung wenn die alles auf manufacturing setzen dann dürfte das auch deutlich schneller gehen 38 damit kriegen die das in einer runde fertig das wird sich aber gleich massiv ändern sobald meine sobald die schiffe mit der population vollgeladen sind idle ship achso damit bauen wir auch einen speeder sensor so die sind fertig aber wenn die hier noch die falschen symbole haben einer sollte nach oben fliegen jetzt ist die frage wie stark belade ich die ich werde das erst mal auf nur eins setzen und machen wir hier nach unten auch eins der fliegt dorthin und der wird vollgeladen der fliegt dahin so idle ship der kann nochmal nach oben dann am ah der kann noch fliegen der kann sich das holen treasury space junk space junk artefakt fliegen wir da hin okay Forschung sollte aber eigentlich null sein genau idle ship der kann jetzt auch zwei felder fliegen da haben wir noch einen planeten aus tivia kfm okay ja assembly sitzt bei drei runden noch ist eigentlich okay das ding population 5 an anchor die werden mal gucken dass sie ein bisschen nach oben fliegen sollen die da vielleicht schon machen sie nicht so weiter drum rum wird da wohl nicht sein dann kann der sich als nächstes nach unten vorarbeiten dahin fliegen und jetzt wird hier hardcore colonized erstmal fliegt er noch nach oben holen wir uns den hier rot 2 hat so jetzt den research bonus oder wir nehmen pragmatisch um nochmal 20% manufacturing dazu zu bekommen 20% influence macht da nicht viel aus sie brauchen aber unbedingt auch dieses gebäude was uns weitere benevolent punkte gibt das ist auf jeden fall das problem ist dass diese zehn pro zehn pragmatik punkte in den wind geschossen sind die frage ist wie stark dieses 20% manufacturing da helfen das ist im endeffekt auch nur eine factory mehr also nehmen wir benevolent so ist sicherlich nicht ideal da gibt es manufacturing boni so der fliegt dann auch hier rüber research 1 benevolent oh plus research sehr schön das war aber jetzt nicht der ah ok doch das war der super planet ok alles auf produktion das ist ja nicht research 1 sondern research capital plus 2 influence ok plus 2 population 2 population da ist plus 3 manufacturing drauf ich würde sagen dann nehmen wir uns diesen bonus erstmal plus 1 research ist zwar nett aber ultimativ jetzt auch nicht die super bonus könnte man eigentlich auch sogar das hier komplett voll bauen mit und fabriken das hier mit forschung machen das mit forschung machen und hier noch population dinge hinhauen aber population haben wir ja sowieso keine spezifischen gebäude für ne das bringt da wenig denn ist das eigentlich doof mhm das population gebäude müsste man dann da hinsetzen ja ok na das würde zwei research bringen das wäre auch schon wenn man das mit research vollknallen würde aber ich habe natürlich nur begrenzt viele slots wo ich die fabriken ansetzen kann hm 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 of wenn wir hier research hin bauen würden würde wir 1 bekommen da würde sie 2 bekommen wenn die da 2 mal diese dinge hätten würde die natürlich 4 bekommen plus den 5 das wäre auch schon krass Aber jetzt auch nicht so wahnsinnig super toll Ich denke, das eine lasse ich da stehen Und ich kümmere mich erstmal um die Ausfüllung der anderen Sachen Und hier die Sachen kriegen wir eh nicht voll Was war das? Wealth and Influence Machen wir erstmal diese drei Fabriken So, Ideologie Da nehmen wir jetzt diesen Forschungsboost Oder wir nehmen Irgendwas, was uns noch weitere Punkte gibt Das hier beispielsweise Damit würden wir Kolonies Moral Kolonies Moral Ich tendiere sogar dazu, das hier jetzt erstmal zu nehmen Nehmen wir das Vielleicht macht das jetzt sogar am meisten Sinn Moral Das ist doch mal bei elf Runden Macht Influence Sowieso nichts Mit der Population Weil wir da keine Gebäude für haben Also als folgt nicht Aber wir könnten hier das Nutzen, dass wir hier zwei nebeneinander haben Ähnlich wie das hier Und dann Daneben nochmal ein Approval-Gebäude setzen Wenn es nötig dann wird Machen wir das erstmal so Naja Okay Okay Und der nimmt jetzt den hier noch Research 1 Minus Manufacturing Die Boni sind zwar nicht gut Aber dafür sind die Die Anordnungen ganz gut Brauchen wir auch wieder meine Facturing Die könnten erstmal Hier vier Fabriken hinbauen Habe ich glaube ich beim anderen nicht ausgestellt Ähm Ich brauche noch zwei Runden Danach werden sie massiv auf Äh Kolonieschiffproduktion gehen Noch eine Refacturing Nein Refacturing Desert Planet Ich würde auch noch einen Geldplaneten auf jeden Fall irgendwo einstellen So Das haben wir jetzt Soweit fertig Der Eins Eins Zwei Drei Vier Fünf Fliegt jetzt da hin Manage Edit Sponsors Okay Das ist dafür optimal Steht da jetzt auf acht Aber das bedeutet dass es hier Irgendwas noch nicht richtig eingestellt ist Wobei Der war jetzt hier soweit fertig Der kann sogar Komplett Darüber Wird zwar nicht fertig Der ist aber schon mal eingetragen Der muss da sowieso nur noch Sehr wenig Drauf Absetzen Um das in einer Runde fertig zu bekommen Ja dafür braucht er mit den Danachfolgenden dann sowieso wieder ewig Ja Lassen wir ihn mal so Der baut dieses eine Ding fertig Und den Rest dann in die Produktion rein Und dann switcht er danach komplett um Ja 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 Mhm Schön Okay Turn Turn Den können wir Verankern Oder Eins Zwei Drei Vier Fünf Letzt mal hier rein Dass er nicht in der Suppe steht Manage Ja ist nirgendwo ein Decay mit drin Ich hoffe nur dass der jetzt davon die Bevölkerung einsammeln kann Das müssen wir dann gleich ausprobieren wenn das Ding fertig wird Manifactoring Ja ab dem Moment ist es jetzt eher uninteressant Andererseits Andererseits Könnte der auch so immer mehr bauen und trotzdem das Ding unterstützen Wir brauchen die Kolonieschäffe möglichst schnell Bam Zwei Runden Der ist schon voll dabei Und den habe ich glaube ich voll auf Genau Genau Dann Verankern wir den erstmal Treasury Treasury Da haben wir noch so ein Askanschen Ding Aber das wird uns wahrscheinlich wer anders wegschnappen Dann Da haben wir eine Anomalie Dann fliegen wir da auch rein Nächste Runde fertig Die sind fleißig am bauen Der ist für nix gut Na Okay, dann können wir Den können wir von allen abzwacken Wir nehmen aber den von dem dort Eins oder Machen wir 1,5 Den schicken wir Dahin, denn der ist am kritischsten Und wir könnten dann Oben den noch holen, damit der nicht Weggeschnappt wird Nachdem Der kolonisiert wurde Oh, können wir direkt den nächsten bauen Zwei Runden Neu der Kolonie Prod 2 Ach ne, Moment Der kommt weg Machen wir das erstmal so Da müsste diese Die Assembly rein Wie sieht's denn aus mit Ideologie Wir sind bei 15 Wir sind beim nächsten 25 Also alle Eine Kolonie noch Bauen Die hier Oh So Okay K chakra j Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die bis hier hinkommen. Allerdings sollten wir hier die sehr bald absichern. Vielleicht, dass wir danach einen Double Constructor bauen. Okay, machen wir wieder 1,5. Der fliegt erstmal nach oben. Muss sich dann überlegen, ob er den holt oder ob er den gleich holen. Ach, dann können wir hier schon uns schnappen. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ist ziemlich miserabel. Ja, machen wir zu einem Forschungsplaneten. Research, 2. Plus 2 Approval. Ja, ist natürlich auch genau der falsche Spot, weil hier könnte man noch ein bisschen was anderes machen. Der ist auf jeden Fall miserabel. Ah, 1 außer Reichweite. Okay, das heißt, den ja muss er holen. Shipyard Idle. Dann a Double Constructor. Und an das schnapp? Hmm? Außerdem separieren wir uns zusammen. Daher spielen einen Blüberg. Der Und Ideology, jetzt können wir das hier nehmen. Forschungen. Jo, fertig. Dann können wir uns jetzt diesen Moralbonus überall holen. Ah, hat noch nicht ganz gereicht. Das würde ich aber schon gerne haben. Machen wir jetzt gerade. Da wird der Double Constructor gebaut. Little Chip. Da haben wir auch noch einen Planeten, aber den werde ich wohl nicht bekommen. Der ist auch zu weit weg. Was für eine Reichweite. Wer hat denn der... Okay, Research fertig. Alles andere brauchen wir da erstmal nicht. Dann brauchen wir jetzt... Die Power Matrix. Hydro Colony. Prod 2. Happy. Da noch eins hin. Hier oben. So. Die wechseln wieder auf Produktion. Und dann können sie hier Research bauen. Die Frage ist, ob man das hier... Woher sind sowieso vier Slots. Und da kommt dann die Matrix rein. Und da kommt dann die Matrix rein. Ja, besonders gut ist der auch nicht. Machen wir hier erstmal einen Money-Planeten draus. Nicht unbedingt das Money-Capital. Okay. Okay. Mhm. Neeeah. Wird natürlich jetzt auch erstmal eine Weile dauern. Und dann bräuchten wir ein Schiff, was ein Modul mehr hat. Range 13. Designer, New Design, Equip, Colony. Der kriegt einmal Live-Support. Das hier kostet weniger zu produzieren, aber nochmal so. Und den Hyperdrive. Passt nicht. Die gleiche Masse. Der soll da abhauen. Der Typ da. Alter Falter. Ja, der will sich das hier mitschnappen. Das wird er jetzt wohl auch machen können. Den kann ich nicht davon abhalten. Braumatrix. Braumatrix. Wäre natürlich jetzt besser gewesen, eine andere Technologie da gerade am Forschen gehabt zu haben, aber... Ähm... Jo. Die sind alle fleißig am Bauen. Der parkt da jetzt einfach, damit das nicht weggesniped, invasiert werden kann. Okay. Kolonie. Machen wir auch wieder 1,5 draus. Ach, da ist dieser Ascension Crystal. Verstehe. Ja. Starbass. Starbass? Mining. Mining. Ein Descansion Gates. Kann natürlich jetzt sein, dass der die anderen drei Sachen wegschnappt. Müssen wir mal gucken, eventuell muss ich den halt abschießen. Später. Koloniza. So, der muss jetzt da hin. 15. Dann sollte der am besten hier runter und dann nach oben. Kolonizer 2. Noch einen und der müsste... Der ist dann für das Ding hier, oder die beiden gut. Das ist nur ein Vierer. Naja. Jawohl. Okay, das eine Ding ist kaputt. Dafür haben wir hier ein neues Schiff bekommen. Ein Kolonieschiff. Ähm... Ah, das... Okay. Das verwenden wir da hin. Habe ich einen... Einmal daneben geklickt und damit ist es dann auch schon gegessen gewesen. Aber der kann auf jeden Fall die nicht einholen. Ja, jetzt wird es interessant, was der damit macht. Nichts anscheinend. Der ist verwirrt. Was soll ich jetzt tun? So, dann haben wir die... ...Sachen auch abgearbeitet. ... ... ... ... ... ... Oh, Manufacturing. Upgrades aus. Rename. Frontier. 20 Punkte. 35 zum nächsten. Elevation von Deutschen in 2. Ja, das wäre vermutlich cleverer gewesen, das anders zu machen. Diese Elevation Foundation nicht zu nehmen. Und dafür hier unten durch zu rushen. Denn bis sich das rentiert hat hier... ...hätten wir das ja längst gehabt und das Gebäude ist wesentlich effizienter. Ähm... Ja... Jetzt sind wir auf jeden Fall diese Ascension-Punkte am Sammeln. Werfen wir noch grad zum Abschluss einen Blick auf die... ...Timeline. Wir sehen hier im Moment doch nur einen, deshalb noch nicht so super interessant. Military Power sind hier auf jeden Fall auch nicht besser dran. Ja... Mach ich hier einen Schnitt. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!